Was geht ab, Leute? Also bei mir nichts Besonderes. Alles wie immer pure Langeweile in der Welt von Yoto und Kanto. Hier tut sich gar nichts und... Was ist das denn? Das ist pink, das ist genauso pink. Es muss ein Fleckmon sein. Da haben wir es doch, ne? Sieht man mal, wie kurz die Ruten geschnitten wurden. Ist ja wirklich... Ist ja unfassbar. Du weißt auch nicht, wo du bist, ne? Es schnüffelt den Rauchgeruch. Was von dem, von dem, wir hatten hier... Der hat so einen Schornstein. Der Schreiner. Der macht das Brennholz. Der verbrennt das Brennholz. Ne, ich glaube, so ein Mew ist heutzutage halt wirklich nichts mehr so Besonderes. Weil früher war das halt ein Ding der Unmöglichkeit. Als es hieß, nur in Japan wurde es mal ein bisschen verteilt. Da musste man Action Replay oder Exploder, hatte ich für ein Gameboy. Schummelmodule nutzen, um wirklich an ein Mew zu kommen. Und dann war es eigentlich kein echtes, sondern ein generiertes... Und das hat man schon gemerkt, ne? Die Leute, die es drauf angelegt haben, die haben sowas gemerkt. Ja, heute geht's bei uns um die Events. Um Event-Pokémon. Man kann sagen, um Cheats. Nicht wahr? Aber ich denke, wann war das mit Mew? War das zu Pokémon-Sonne-Mond-Zeiten? Da hatten die das ganze Jahr über oder so ähnlich immer verschiedene Event-Pokémon mal wieder verteilt. Und da konnten viele von euch, denke ich mal, auch Mew, Celebi und Co. bekommen. Ja, in Pokémon Gold-Silber-Kristall musste man ja noch sein Smartphone, wollte ich fast sagen. Alter, sein Handy. Handy, größer als jede V-Mode. Mit dem Internet verbinden, mit so einem Adapter. Und den verbinden mit seinem Gameboy-Color, um das Event-Celebi zu bekommen. Für das Event, das wir Europäer dann quasi nie aktivieren konnten. Und genau das Event, das machen wir heute in Hartgold-Sonne-Silber. Aber nicht mit dir. Ich zeige halt nur ein paar Event-Pokémon. Ein paar Event-Pokémoner. Und da möchte ich sagen, wie das halt so ursprünglich war und wie das jetzt geht. Ich glaube, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn heutzutage ein Event ist, man macht einfach seinen 3DS oder inzwischen Switch an. Man kann die Verbindung mit dem Internet herstellen und das Ding abholen. Früher, davor, zu DS-Zeiten, da waren viele GameStop-Aktionen. Da musste ich... Womit waren das? Das war Diamant-Perl oder Hartgold-Sonne-Silber für diverse Event-Pokémon dahin gehen. Und da mussten die bei GameStop mir sagen, jetzt gehst du in das Haus und drückst du da drauf. Ich kannte das schon. War ziemlich cool eigentlich. Aber davor ging es halt gar nicht. Und die Event-Pokémon, die in Hartgold-Sonne-Silber die Events triggern, da brauchst du auch die japanischen. Die kriegst du auch nicht mehr. Wobei, ich glaube, die Europäischen, die wurden 2016 nochmal verteilt. Für Hartgold-Sonne-Silber. Ich könnte mich täuschen, aber eben beim Recherchieren ist mir da was ins Auge gefallen. Ja, und wenn das so stattgefunden hat, wenn auf mysteriöse Art und Weise dein DS verbunden wurde mit dem Event, dann findest du im Pokémon-Supermarkt jetzt nichts. Ich mach mal den Vergleich. So sieht der Pokémon-Supermarkt normalerweise aus. Und das geht natürlich mit Action-Replay so zu triggern, wenn ich jetzt L&R drücke. Könnt ihr auch recherchieren und suchen im Internet und ihr werdet etwas finden. Jetzt gibt es eine Veränderung, nämlich ein Dude, der hier steht. Und der sagt folgendes. Einen schönen guten Tag. Du musst Markus sein. Ich habe ein Geschenk für dich erhalten. Hier, bitteschön. Markus hat ein Archeus erhalten. Warum denn auch nicht? Komm bald wieder. Ähm, ich komm bald wieder. Ich hab tatsächlich noch Sachen auf der... Auf dem Gewissen. So, und dann wird es mal Zeit, dass wir in unser Team schauen. Was ich sonst noch alles Schönes dabei hab. Wir haben hier Pichu. Ey, das ist sogar ein Ewigstein. Cool. Das ist nicht irgendein Pichu. Das ist das Pikachu-farbene Pichu, okay? Da steht's auch. Pokémon-Film 9. Pokémon-Film 9 war doch mit Manafee und so weiter. Und eben, oder? Ne, Kaioke. Ach, ich weiß nicht mehr. Und hier haben wir das Manafee-Ei. Ein sehr mysteriöses Ei aus Pokémon Ranger. Der Eiprüfer erkennt, manchmal bewegt es sich. Bald ist es soweit. Vielleicht sollten wir das mal mitnehmen. Wenn's bald soweit ist. Stimmt, das Pokémon Ranger konnte man einmalig übertragen. Selbst wenn du deinen Spielstand gelöscht hattest, konntest du, ich sag mal, und neu gespielt hast, du musstest halt irgendwie Pokémon Ranger durchspielen und dann konntest du übertragen. Ich hab mir auch damals bei GameStop überlegt, soll ich mir das gebrauchte Pokémon Ranger kaufen? Aber was, wenn da jemand das Manafee-Ei schon übertragen hat? Mit Cheat geht das zu aktivieren. Und ebenso zeige ich hier das Event mit Yerashi. Ich sag immer Yerashi. Das könnt ihr sagen. Könnt ihr bezeichnen, wie ihr wollt. Stahl-Psycho. Da, Original-Trainer GameStop. Seht ihr, das war noch so eine GameStop-Geschichte. Was steht denn hier an Original-Trainer? Arceus, ja, alles japanisch. Dickköpfig, Pokémon Film 9. Bei P2, Pokémon Film 9. Und Wi-Fi-Geschenk ist Mew. Alles leerchen. Das hat Stil. Das hat Stil. Eine Sache hätte ich noch. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie das geht. Jetzt werde ich im Menü das auswählen. Ich weiß, ihr seht es jetzt nicht. Ich hole mir noch eine Sache. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Es gibt ziemlich viele Codes. Ich hab nicht gedrückt. Erst noch LR drücken. Präsentation. Nicht geschnitten. Bis halt, eben hab ich was kurz rausgesucht. Ja, hier steht einer. Und was hat er diesmal Schönes für uns? Einen schönen guten Tag. Du musst Markus sein. Ich hab ein Geschenk für dich erhalten. Hier, bitteschön. Markus hat das Geschenk. Fleckmonroute erhalten. Komm bald wieder. Fleckmonroute, das passt hier wunderbar zu Azalea City. Das gucken wir uns an. Die Fleckmonroute bringt nix. Man kann sie nicht essen. Man kann sie nicht verkaufen, obwohl es da steht. Die Route eines unbestimmten Wesens. Wessen Wesen wohl? Die Fleckmonroute. Extrem schmackhaft lässt sich teuer verkaufen. Man kann nix damit machen. Versuchen wir doch einfach mal das Ding zu verkaufen. Wird nicht funktionieren. Meines Kenntnisstandes. Es wurde, glaube ich, gar nicht ins Spiel eingebaut. Und ist deswegen nur so verfügbar. Ja, das kann er nicht kaufen. Also eigentlich gibt es es nicht. Vermutlich haben sie es irgendwann doch zu makaber gefunden. Aber irgendwie ist es doch im Spiel eingebaut. Nur nicht zugänglich. Wie doch noch sag ich. Ich hab die Fleckmonroute. Ich werde euch mehr Events zeigen, als damals im Pokémon Hardgold Let's Play. Tut mir leid, dass ich ein bisschen hier eine Einleitung gemacht habe. Aber ich denke, das muss einfach mal sein. Es gibt... Ich mach heute sogar zwei Events. Wir beginnen mit dem etwas unbedeutsameren in meiner Welt. Ich möchte noch mitnehmen. Hier ist noch Celebi. Sowohl Mew als auch Celebi haben den Unterschied. Die holst du nicht im Pokémon Supermarkt ab. Die tauchen dann auf an erster Stelle der ersten Box im PC. Ich weiß nicht, ob die die anderen Pokémon überschreiben dann. Oder... Wen nehme ich dann noch mit? Arceus kann eigentlich kurz mal warten. Ich finde, du bist ja so ein guter Allrounder in Pagator. Könntest mich ja sehr gut mal begleiten. Ansonsten... Oh, Mew ist eigentlich... Mew kann doch alle VMs und TMs lernen, ne? Das ist so eine Eigenschaft von Mew, die natürlich extrem wunderbar ist. Das heißt, ich brauche eigentlich Onyx und Myrapla nicht mehr, sondern Mew können wir jede Technik beibringen. Also auch jede TM und VM. Ich denke da an Zerschneider, Kraxler und alles, was dazugehört. Mew, also der ultimative VMsler. Aber manche mögen sich im Grabe umdrehen, dass ich Mew nur VMs beibringe. Aber als ob ich jemals vorhätte, mit dem zu kämpfen. Ich habe früher mal Mew trainiert, aber ich war enttäuscht, dass es nicht so stark wie Mewtwo ist von den Werten. Das musste ich halt feststellen zu Zeiten vor des Internets. Wo ich überhaupt wusste, was Werte sind. Außer die, die man halt... Ja, was Werte sind, wusste ich schon. Und wir gehen jetzt mal zum Celebi-Schrein. Meines Wissens... Habe ich Celebi dabei? Ne, ne? Will ich auch gar nicht dabei. Ah, ich habe Celebi... Das ist ja ein Ding. Ich glaube, es zählt aber, welches Pokémon ich vorne habe. Meines Wissens... Ich bin mir nicht mehr sicher. Triggern sich beide Events. Nämlich das Pichu-Event und das Celebi-Event. Und hier im Steineichenwald am Schrein. Am Celebi-Schrein. Das ist ja ein Ding. Los! Und es ist shiny. Das Pikachu-farbene Pichu. Ich denke, ich habe es deutlich gesagt. Pichu ist ja ein bisschen heller als Pikachu. Aber dieses Pichu hier, das hat dieselben Farben wie Pikachu. Das ist ein Shiny. Shiny. Pichu. Und mein Celebi war übrigens auch shiny. Das gab es damals so. So, ich hoffe einfach mal, dass planmäßig das Pichu-Event zuerst getriggert wird. Mal gucken, was jetzt geschieht. Ja, das ist noch ein anderes. Aber was hat dieses Pichu für eine Eigenheit? Ihr seht, die Farbe stimmt schon mal. Das ist ein Pichu. Eines seiner Ohren ist sehr strubbelig. Man nennt es Strubbelohrpichu oder Zackenohrpichu. Die wären mir glatt ausgebüxt. Aber der alte Mann hat sich gekümmert und... Er war wirklich ein bisschen gemütlich zu Fuß. Hey, halt! Lass lieber deine Finger von diesem Schrein. Am Ende holt dich noch der Waldpatron. In der Nähe dieses Schreins sind in letzter Zeit immer wieder Kinder und Pokémon verschwunden. Man munkelt, das sei das Treiben eines Pokémon mit der Fähigkeit, beliebig durch die Zeit zu reisen. Wirklich seltsam. Oh, wen hast du denn da dabei? Dieses Pokémon hat sich, ohne dass ich es bemerkt habe, hier niedergelassen. Das ist ein Pichu, nicht wahr? Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, sah es irgendwie traurig aus. Aber heute wirkt es Putzmontag. Oh, ich verstehe. Wieder vereint mit einem guten alten Freund. Was? Das kriegen wir jetzt mit, aber... Es scheint mitkommen zu wollen. Erlaub es ihm doch. Strubbelohrpichu, als ob der Strubbel sagen kann. Du hast sehr viele Pokémon dabei, weißt du das? Ich werde hier nach dem Rechten sehen. Geh du so lange zum Pokémon Center und deponiere eines von ihnen. Macht Sinn? Habe ich nicht dran gedacht. So läuft es. So ist das Leben eben. Nehmen wir mit. So viel Zeit muss sein. So, ich glaube, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist. Ich will doch noch das Celebi-Event machen. Aber das machen wir im nächsten Part. Daraufhin, nächstes Mal, das kann ich auch schon mal ankündigen, das Arceus-Event. Moment, den haben wir ja bekanntlich dabei. Dann... X-Bud braucht man zum Fliegen. Also entscheide ich mich jetzt doch gegen... Gegen unseren treuen Imperator. Im Moment jedenfalls. Ja, wie findet ihr das? Habt ihr davon auch schon mal Gebrauch gemacht? Also, dass Nintendo immer wieder solche Events macht. Wobei, haben die das Bash-Wertschild auch? Ist mir gar nicht so richtig bekannt. Inzwischen ist es halt nicht mehr so besonders. Es ist halt nicht mehr so ein unmögliches Ding. Ach, ja, da waren doch irgendwelche speziellen Giga-Dynamax-Fiecher und sowas. Ja, da lag doch der Code von so einem speziellen Mautzi bei und sowas. Aber naja, gut. Strubbelübelchu. Ach ja, ich hab hier ein kleines Präsent für dich, junger Trainer. Ein Pokéball. Der gehörte vor vielen Jahren zu meiner Ausrüstung, als ich noch mit beiden Beinen im Trainerleben stand. Ach, was macht immer keine Sorgen. Natürlich kann man die noch benutzen. Alter, Ablaufdatum. Oh, das Strubbelohr-Pichu scheint ebenfalls in den Pokéball zu wollen. Deswegen, ja gut. Strubbelohr-Pichu hat sich dir angeschlossen, yeah. Ich, äh, ja, es gehört ihm ja nicht. Es läuft dir rum. Er hat es gefangen, mal eben. Solange sie unter Freunden sind, kommen diese Pokémon schon klar. Ziehen sie mit viel Liebe auf. Na, mach mal einen Abgang. Ja, du bist hier der Förster, oder was? Ich hab hier noch nie wirklich jemanden mit Autorität gesehen. Ja. Damit haben wir jetzt also, prüfen wir, machen wir den direkten Vergleich, ne. Da haben wir das Pikachu-Farmende Pichu. Und da nicht. Als ob man nicht einfach... Und das Strubbelohr-Pichu. Jawohl, Level 30. Blitztafel. Der andere hat den Ewigstein. Ich hab eben, als ich so ein bisschen, ne, Papagougel gefragt hab, was mit den Pokémon ist, dass jemand die Frage gestellt hat, stimmt es, dass sich das Strubbelohr-Pichu oder das Event-Pichu nicht weiterentwickeln kann? Ne? Habe ich jetzt nicht weiter hinterfragt, aber wenn ich sehe, dass er einen Ewigstein hat, hat irgendeiner versucht, das Ding zu entwickeln und es ging nicht wegen den Ewigstein. Dann wäre das schon ein bisschen... Ah, ein bisschen fail. Schön, dass wir drüber reden konnten, dass sich das geklärt hat. Dann kommen wir jetzt zum Celebi. Hallo, shiny Celebi. Du bist zu Hause. Tanzt, Frau Freude. Ich glaub, dass Maike dich nicht kriegt. Du weißt doch, was im Pokémon Feuergrün passiert ist. Als ob die kommt! Markus, kennst du die Gerüchte über diesen Schrein da? Das heißt, der Weltpatron hole jeden, der damit Unfug treibt. Ja, guck doch mal. Dann dir die Augen nicht aufmachen. Huch, was wird das denn eben? Ein Celebi war kurz nicht mehr shiny. Oha! Wohin hat sie uns verschlagen? Das ist doch die eine Route, oder? Das sieht aus wie Route... 23. Nee, 22 ist das. Wo sind wir? Ich glaube, das sieht aber nur so aus. Wo ist der Steineichenwald hin? Nein, verschwunden ist er wohl kaum. Sind wir vielleicht einfach an einem anderen Ort gelandet? Das ist echt komisch, Markus. Im Radio meines Pokécoms geben sie ein Datum von vor drei Jahren durch. Ist dieses Pokémon etwa Celebi? Jetzt macht alles Sinn. Celebi ist hierfür verantwortlich. Es ist, wie mein Großvater sagte. Celebi besitzt eine mysteriöse Macht namens Zeitreise, um die Zeit vor oder zurückzudrehen. Celebi hat sich bestimmt in die Vergangenheit verzerrt. Wir können Zeuge werden, wie Rot und Blau Champs wurden. Da ist jemand, Markus. Komm, wir gehen mal hin. Freunde, ihr wisst, wer das ist. Wobei das Silber, Beefy, hier dabei war, wusste ich gar nicht mehr. Die Stärksten! Du hast zu mir gesagt, wir wären die stärksten Menschen auf der ganzen Welt! Und jetzt lässt du das alles fallen! Was soll denn jetzt aus uns werden? Ohne meine Niederlage zu akzeptieren, kann ich nicht nach vorne blicken. Ich werde mich eine Weile in die Einsamkeit zurückziehen, um dann ein noch stärkeres Team zu gründen. Wo ist denn jetzt bitte deine Stärke? Du hattest so viele Leute um dich versammelt und trotzdem konnte uns kein einzelnes Kind im Alleingang besiegen! Durch die vereinten Kräfte von vielen entsteht eine neue, noch größere Macht. So funktioniert ein Team. Das ist die wahre Stärke eines Teams. Ich konnte das Potenzial meiner vielen Untergebenen nicht voll mobilisieren. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem ich Team Rocket zum Comeback verhilfe. Ich verstehe dich nicht! Ich verstehe kein Wort von dem, was du mir hier sagen willst, Paps. What? Das wusste ich echt nicht mehr. Silber ist der Sohn? Von Gio Wani? Als ob. Irgendwann wirst auch du das verstehen. Und ich will's auch nicht! Ich hoffe, ich werde nie so wie du! Solange du dich hinter all deinen Untergebenen verstecken kannst, tönst du groß herum, aber auf dich alleine gestellt bist, nun Schwäschling! So jemand will ich nie werden! Aus mir soll ein stärker Mann werden! Ich werde ganz alleine stark werden! Ganz alleine! Das erklärt, wie er sich verhalten hat gegenüber dem Team Rocket rübeln. Was willst du? Starr mich nicht so an! Also da stellt sich mir jetzt die Frage, war das, ist es jetzt eine Zeitreise? Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Zeitreisen. Die, die, wenn du was veränderst, dass es keinen Unterschied macht, weil deine Zeit bleibt deine Zeit, egal was ist. Du könntest deine eigene Geburt verhindern und das wäre in Ordnung. Dass das gibt's, das ist ja wie in... Oh, bitte! Lass mich lügen! Aber die meisten, die meisten Zeitreise, Filme, Serien, wie auch immer, haben ja die Thematik, dass wenn du in die Vergangenheit reist und was veränderst, dass es Auswirkungen hat. Achso, jetzt, genau, Butter bei die Fische. Zurück in die Zukunft funktioniert ja so, dass du was verändern kannst und dann, weil das vorher nie passiert ist. Zum Beispiel, vor drei Jahren wäre der Silber uns nie über den Weg gelaufen. Ich hatte halt gerade den Gedanken, ob er uns nicht erkennen würde, wenn wir in drei Jahren, sag ich mal, ihm über den Weg laufen. Wir haben Karnimani, er hat Indivir und er denkt sich, hab ich den Typ nicht schon mal gesehen? Damals, als ich mit meinem Vater Giovanni geredet habe. Und das wäre so dieses, und das finde ich halt sehr faszinierend, wenn das geschafft würde. Ich glaube, Terminator funktioniert so, dass, wenn das nicht passieren würde, obwohl die versuchen, was zu verhindern, ist es halt genau so, wie es passieren muss. Der letzte Arm des Terminators, der dafür sorgt, dass die Technologie überhaupt erst entsteht. Bei Terminator wurde schon was verändert. Was sehr faszinierend ist, ist die Netflix-Serie Dark. Das spielt in Deutschland deutsche Schauspieler und so weiter, aber es ist eine unfassbar gute Serie, finde ich. Sehr komplex auch, aber unglaublich hart mit Zeitreisespaß. Aber da ist halt die Thematik, alles passiert so, wie es soll, egal was die machen. Die ganzen Zeitreisen sind halt schon der Grund, warum. Das ist ein fertiges Ganzes. Ja, und selbst wenn er uns hier damals in seinem Leben, sag ich mal, gesehen hat, scheinen wir uns einfach nicht erkannt zu haben später. Naja. Was hat denn das für ein Problem? So ein Fiesling. Sorry fürs Ausschweifen. Aber worüber haben die beiden geredet? Was hat das alles zu bedeuten? Team Rocket zum Comeback verhelfen? Es ist wahr, dass Team Rocket vor drei Jahren von einem Jungen aus Kanto in die Knie gezwungen wurde? Dann sind wir also tatsächlich drei Jahre in der Vergangenheit gelandet. Das war alles. Das ist nicht Route 22. Sieht ein bisschen ähnlich aus, aber war es genau wie vorhin. Celebi setzt Zeitreise ein. Ja, und dann war der Beefy, der Silber, keine Ahnung, zu jung. Ich sag mal so, wenn man wirklich mit zehn seine Reise beginnt und er ist zehn Jahre alt in Gold, Silber, Hardcore und Sulz, Silber, dann war er da eben sieben Jahre. Ja, wie gesagt, ich finde sowieso schon immer die Sache, dass ein Pokémon Trainer mit zehn Jahren, wenn du auch sagen könnt, mit 15, dann wird es irgendwie ein bisschen realistisch darüber kommen. So, wir sind in einer Höhle. Ich weiß zwar nicht, was genau dich hierher führt, aber ein Kind wie du hat hier nichts verloren. Huch, das ist ja der alte Knacke, der sich eben mit dem Jungen aus dem finsteren Blick mit dem finsteren Blick gezofft hat. Dieser Blick. Vor drei Jahren ist mir schon einmal ein Kind in die Quere gekommen, das mich mit denselben Augen angesehen hat wie du. Ich bin auf dem Weg nach Ducatia City, um dem Ruf meiner Kameraden zu folgen. Willst du mir etwa dazwischen funken? Vor drei Jahren? Nach Ducatia City? Das wird doch nicht etwa Giovanni sein, ihr Boss, den sie da im Radio ausgerufen haben. Da hast du's, Markus! Irgendwas ist an dieser Durchsage faul! Anscheinend hat Team Rocket den Radiosender von Ducatia City besetzt, aber um die Sache hattest du dich doch schon gekümmert, Markus. Eine Durchsage von Radio Ducatia. Eine Durchsage von Radio Ducatia. Mit Freude verkünden wir heute das Ergebnis von drei Jahren harte Arbeit. Team Rocket ist zurückgekehrt. Giovanni! Kannst du uns hören? Wir haben es endlich geschafft! Meine alten Kameraden brauchen mich. Ich lasse es nicht noch einmal zu so einer Blamage wie vor drei Jahren kommen. Team Rocket wird auferstehen und sich die Welt untertan machen. Und es ist der Kampf gegen Team Rocket-Boss Giovanni. Ja! Jetzt habe ich kein normales Pokémon dabei. Darf ich das nochmal ganz kurz anmerken? Das ist ja heldenhaft von mir. X-Bud, wir zählen auf dich. Das ist ja ein Ding, ne? X-Bud los. Ah, Stahlflügel. Ansonsten wäre natürlich der Gift-Sahne-Option. Ich habe ja schon ein paar Level über. Müssen wir gewuppt kriegen. Ich meine, der Giovanni ist jetzt auch kein Fallobst, ne? Aber ich hätte doch ein paar Team-Mitglieder mitnehmen sollen. Fürs nächste Mal weiß ich da Bescheid. Gut. Genießt den Moment. Ich fand es immer sehr faszinierend. Einfach diese kleine Zusatzgeschichte mit dem Giovanni, der ansonsten ja nicht zu sehen war im Originalspiel. In der Main-Story. Dass man das so versteckt, sag ich mal. Ja, der Mew wird gelevelt. Äh, Celebi war es. Celebi wird gelevelt. Ist ja nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Jawohl. Kein Gama kriegen wir. Frag mich eher, in was für eine Höhle hat der sich verzogen, ne? Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Wo sind wir hier? Eine Geheimbasis in Yoto? Ich finde, das nimmt noch ein bisschen die Magie raus. An für sich hat Giovanni ja nicht auf den Ruf reagiert. Jetzt zeigt sich hier, eigentlich wollte er doch rüberdüsen. Und sagen, ja, wir erobern jetzt die Welt. Und nur weil wir dazwischen kamen, als Zeitreisende, konnte das an oder an um als verhindert werden, dass Giovanni sich wirklich wieder traut. Das ist in meiner Welt ein bisschen, nimmt die Illusion, dass das Giovanni schon damals vor drei Jahren wieder klar denken konnte. Wie gesagt, cooles Event. Aber eigentlich war ja der letzte Stand, dass er zur Besinnung gekommen ist. Jetzt so zu zeigen, eigentlich hat er noch den Hintergedanken, nochmal Team Rocket stärker aufleben zu lassen. Zeigt auch, dass die Rüpel und die Vorstandsmitglieder recht hatten, dass Giovanni zurückkehren wird, oder zurückgekehrt wäre. Wir wissen jetzt, warum das so ist. Dass er es nicht schafft. Aber wir ihn aufhalten. Nein, der wird uns gleich wieder an den Himmel loben. Ich habe diese Augen schon mal gesehen und so weiter. Was hat das zu bedeuten? Wie kann ein Kind, das grüner hinter den Ohren ist, als ich so stark sein? Noch grüner als du? Das ist ja ein Ding, du. Noch grüner. Diese Steigerung, weißt du, grüner als ich. Kramschäfen stolzer, stolzer, schöner. Und toter. Wer oder was bist du? Ich bin dem Markus. Ich mache Let's Plays. Ich streame. Wie kann das sein? Sollen die letzten drei Jahre etwa umsonst gewesen sein? Schon wieder macht mir so ein Naseweiß einen Strich durch die Rechnung. Team Rocket, mein großer Traum ist geplatzt. Es ist alles vorbei. Hallo? Wo und alles in der Welt ist Giovanni bloß abgeblieben? Ob diese Durchsage wohl bis zu ihm durchgetrunken ist? Egal, wie oft sie ihm nach ihm rufen, ihr Boss wird nicht mehr kommen. Diese Leute können einem fast leid tun. Außerdem bekommen sie ja später noch von Markus eins auf die Mütze. Huch, Markus ist ja hier. Aber wer gibt den Leuten dann von Team Rocket im Radioturm eins auf die Mütze? Och, halt, die keine Zeit reisen. Mich gibt's gerade zweimal, Bitch. Schon wieder? Oh nein, ich mag nicht mehr. Lasst mich wieder zurück in unsere Zeit. Zeitreisen sind keine sehr angenehme Angelegenheit, was? Würde ich feiern. Also kontrolliert würde ich sie feiern, ja. Ah, mein Meryl! Ich hab dich so vermisst. Oh, das heißt denn wohl, wir sind wieder in unsere eigene Zeit zurückgekehrt? Das wäre vielleicht ein seltsames Erlebnis, aber wir haben uns wieder zurück in unsere eigene Zeit gefunden und dazu noch Team Rocket's Pläne durchkreuzt. Ende gut, alles so gut, sag ich. Aber wer mit dir reist, kann ein echtes Abenteuer erleben, Markus. Das wäre echt toll. Dieser Tag hat mich richtig müde gemacht. Ich geh nochmal raus, ja. Tschüsschen! Ja, haust du rein, ne? Schön mit Öl. Übrigens, dein Meryl hat sich schon lange zu, ah, zu Meryl entwickelt, hast du mir gesagt. Ja, war ja aufregend, ne? Doch, ich finde, das regt auf. Celebi, Event Celebi. Mit dem Event Archeos machen wir im nächsten Part weiter. Dann gibt's das Archeos Event mit Cynthia als kleinen Vorgeschmack als kleinen Teaser. Danke, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ich wollte es ein bisschen länger strecken, jetzt ist es viel zu lang geworden. Aber dafür haben wir es ausführlich beredet. Und ich finde, das muss sein, und ich finde, das ist eine schöne Sache. Das braucht's im Let's Play Pokémon SoulSilver. Freunde, jetzt aber ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.